Hallo und herzlich willkommen bei PokeVestments, eurem YouTube-Kanal für Pokemon Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und heute gibt es mal wieder Top-Deals für euch. Ja, ich habe mir echt ein wenig Arbeit gemacht, um euch alles rauszusuchen plus Referenzwert, wie ein gewisses Produkt, welches ich euch vorstelle, welches ihr vielleicht auch auf der Thumbnail schon gesehen habt, momentan bei CarbMarket angeboten wird, damit ihr euch nicht die Mühe machen müsst. Ihr könnt sehr transparent sehen, okay, ist das Angebot wirklich gut oder labert der hier irgendeinen Stuss. Ich denke, das ist cool. Ich denke, das verdient ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich habe gesehen, einige von euch haben nicht abonniert, aber sie schauen, beziehungsweise ihr schaut einfach so zu. Macht den Klick, macht mich froh und profitiert von Angeboten, die ihr, by the way, auch schon viel, viel früher hier im Community-Deals-Channel auf meinem PokeVestments-Community-Discord-Kanal sehen könnt. Ihr seid da immer noch nicht drauf, ich glaube es nicht, unten in der Beschreibung kostenlos draufklicken und doppelt freuen. Alright, dann fangen wir doch direkt mal mit dem allerersten Angebot an. Ein Angebot, welches ihr vielleicht, wenn ihr schon länger dabei seid, des Öfteren bei mir gesehen habt. Es geht um Crown Zenith, die Elite-Trainer-Box in Englisch. Und ja, hier ist der Preis zuletzt ein bisschen angehoben worden. Jedoch, ja, hat man hier andere Verkäufer bei Amazon. Und ich habe schon jetzt des Öfteren gehört, ja, hier UK-Importe, nicht so geil, geht das nicht anders. Und hier ist die Lösung, es geht anders. Ihr müsst hier unten draufklicken, so wie ich es gerade gemacht habe, auf weitere Angebote klicken. Und dann habt ihr tatsächlich einen Preis von 63,56 Versand Amazon, seht ihr hier auch, Verkäufer Amazon. Und damit seid ihr auf jeden Fall günstiger als auf Card Market. Wenn man hier den Versand drauf rechnet, dann sind wir mindestens bei 66 Euro, ein paar zerquetschten. Hier sind sogar noch Folien-Issues possible, ja, also 67 Euro. Ihr spart hier auf jeden Fall, ja, gute 5 Euro, wenn man nett sein will, aber 4 Euro definitiv. Und ihr wisst ja, die Rendite profitiert davon, umso günstiger ihr einsteigt. Und ich denke, für das, was man letztendlich geboten bekommt mit Crown Sanders und der Elite-Trainer-Box und dem Potenzial, was hier noch drin schlummert, und in immer weniger verfügbaren Artikeln, ist das ein solider Pick. Oder? Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne rein. Und schreibt mir auch gerne, ob ihr vielleicht hier auch schon zugeschlagen habt in der Vergangenheit. Alright, dann gehen wir zum nächsten Angebot. Und das ist die 1-5-1-Booster-Box in Japanisch bei meinem Partnershop Pikamon. Und dort habt ihr zusätzlich zum absoluten Markt-Best-Preis, wie ich euch hier auch gerne noch einmal zeige, die Möglichkeit, Cashback zu kriegen, bis zu 4%, wenn ihr meinen Code POKEWESTMENTS benutzt. Ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Steht da alles. Ihr müsst ihr angeben beim Checkout-Prozess. Und ja, hier nicht wundern, hier with Crimseal, ja, das wollen wir nicht. Wir wollen with Shrink. Und ja, hier seid ihr beim Händler hier bei 89 Euro und dann bei 89,50 Euro, also 50 Cent mehr. Da kommt schon der Pikamon, nochmal 40 Cent mehr. Dann habt ihr hier keine Dented-Boxes, sondern diese, die auch auf seiner Seite angeboten werden. Und ja, allerdings, und das ist der Punkt, weswegen er der günstigste auf dem Markt ist, haben wir hier kein Cashback. Und den habt ihr, wenn ihr meinen Code nutzt. Und damit profitiert ihr dann in dem Fall doppelt. Genau, kein schlechter Pik, wie ich finde. Markt-Best-Preis, langfristig gesehen guter Preis, kann man mit leben. Und jetzt wird's sehr, sehr interessant. Jetzt bin ich mir sehr sicher, viele von euch kennen dieses Angebot nicht. Außer ihr seid auf meinem Discord, dann könntet ihr es kennen. Denn es geht um dieses Crown Xenath Special Art Tin Case. Und dieses gibt es auf Case Cards. Ich hoffe, die werden so ausgesprochen, ist aber auch egal. Ein holländischer Shop und dort seid ihr mit 96 Euro, beziehungsweise 95,99, wenn man genau sein will, dabei. Und habt dann einen Versand nach Deutschland von 10 Euro. Den müsst ihr draufrechnen. Wenn man dann das Ganze durch 6 teilt, weil letztendlich habt ihr in so einem Case 6 Tins, kommt ihr pro Tin bei 17,66 Euro raus. Habt euch das hier schon mal ausgerechnet. Und ihr könnt da mal einfach durchgehen. So, hier die erste Tin für 19,50 Euro. Ein Angebot aus Deutschland. Dann hier nächste 18,65 Euro. Und hops, da habe ich ja jetzt hier schon was vor weggenommen. Ja, so nicht. Und hier die nächste Tin. Die dritte im Bunde 19,35 Euro. So, ihr seid auf jeden Fall bei jeder Tin deutlich günstiger. Und dann habt ihr auch noch ein Case, was man sehr gut lagern kann, wie ich finde. Besser als einzelne Tins. Meiner Meinung nach, schön, dass man direkt dann ein Case hat. Sieht auch gut aus. Und ich denke, das ist nicht verkehrt. Gerade Crown Xenis, ich muss es nicht sagen, eines der besten Schwert und Schild Sets überhaupt. Checkt das gerne ab. Werde ich auch entsprechend verlinken. So, dann, ja, jetzt habe ich es euch schon gezeigt. Gut. Die Scarlet & Violet Booster Box. Das Base Set. So. Ihr seht hier Games Island. Und das ist auch schon das Angebot. Für 90 Euro. Ordentlich Offer. Das alleine ist ja schon richtig, richtig guter Preis. Wenn man bedenkt, das ist die älteste Box aus der Capo-Ära. Und in Englisch, ja, langfristig gesehen, top. Deutlich unter 100 Euro, aber es geht noch besser. Wenn ihr direkt auf die Seite geht, dann könnt ihr, wenn ihr einen Case holt, sogar noch mehr sparen. Und seid dann pro Stück bei einem Preis von 87,49 Euro. Es geht nicht besser. Ja, das Set ist nicht das Beste. Aber es ist verglichen mit anderen Base Sets aus den Ähren davor definitiv stark. Und bei dem Preis langfristig gesehen, tja, also da kann man nicht verlieren. 100%. Stimmt ihr mir zu? Stimmt ihr mir nicht zu? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, und jetzt. Ihr habt es aus der Thumbnail gesehen. Ja, wann kommt denn endlich das Angebot? Es kommt. Es kommen, Freunde. Und zwar hier. Aber, aber nur für die Leute, die in Österreich wohnen. Leider. Ja, ihr habt hier noch die Möglichkeit, das Booster Bundle für 45 Euro zu kriegen. Momentan heißer denn je. Ja, jetzt sind vielleicht einige Leute enttäuscht. Oh Mann, ich dachte hier, ich fuhr in Deutschland. Hier hast du auch noch ein geiles Angebot. Freunde, ja, ich habe da auch noch was. Allerdings müsst ihr da einfach sehr, sehr schnell sein und eure Augen auch offen halten. Hier habt ihr, weil es halt spezifisch nur auf Österreich ausgerichtet ist, länger die Chance auch tatsächlich, wenn ihr dieses Video gerade seht, noch zuschlagen zu können. Ja, aber es gibt immer mal wieder Restocks und diese bekommt ihr dann mit, wenn ihr hier in den Community Channel mal reinguckt. Ja, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, wenn ihr schnell seid, zu guten Konditionen auch aus Deutschland bestellen zu können. So wie hier beispielsweise bei Spielraum. Das ist jetzt einige Tage her. Dort gab es tatsächlich den Preis von 40 Euro plus Versand. So, wenn wir da jetzt einmal draufklicken, dann sehen wir, die haben den Preis tatsächlich schon angehoben auf 50 Euro. Wenn ihr sagt, das ist für mich auch noch ein super Preis, dann hier bei Spielraum kann ich ebenfalls empfehlen. Auch dort habe ich schon gekauft und bekommt bei 10 auf jeden Fall ein Case. So viel kann ich dazu sagen. Und ja, für die Leute aus Österreich 45 Euro in der jetzigen Situation, denke ich, kann man das machen. Denn wenn wir einmal ganz kurz gucken, wo diese Boxen, ja, beziehungsweise Booster Bundle Boxen liegen preislich, dann seht ihr hier deutlich über 45 Euro. Und gut, hier auch sehr, sehr wenig Stock verfügbar und dann geht es auch schon letztendlich auf die 50 Euro zu. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Bock habt auf weitere solcher Deals-Videos, auch in der Zukunft, ja, für die Leute, die vielleicht nicht so aktiv auf Discord sein können und die auch gerne hier so diese Kartenmarket-Vergleiche irgendwie mit dabei haben wollen, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben unbedingt da. Wie gesagt, denkt an das Abo, kostenlos, genauso wie der Discord, es kostet euch nichts. und ja, schreibt mal rein, welchen Deal fandet ihr am besten in die Kommentare jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut und ciao.